Perirodan, Mission Sol 2 Episode 1 Ritter des Chaos Von Kai Hirt Gelesen von Martin Bross Die Hauptpersonen Perirodan Der Terraner bricht auf ins Ungewisse. A. Kuatont Die Ritterin kämpft mit einem inneren Zwiespalt. Tess Kumischa Die Hyperphysikerin erhält eine neue Aufgabe. Trurol Der Truvaut trifft eine verhängnisvolle Entscheidung. Entführt in eine fremde Galaxis. Ein mörderisches Volk und ein überlegener Gegner. Sol Dieser Name hat einen ganz besonderen Klang in der 3000-jährigen Geschichte, der terranischen Raumfahrt. Das hantelförmige Kombinationsschiff spielt immer wieder eine entscheidende Rolle im schicksalhaften Konflikt zwischen den kosmischen Mächten der Ordnung und des Chaos. Im Jahr 1552, neuer galaktischer Zeitrechnung, ist Perirodan, der die Menschheit von Beginn an ins All begleitet hat, in eine ferne Galaxis versetzt worden. Dort hat er die seit langem verschollene Sol und ihre Besatzung aus einer Chaoszone gerettet. Eigentlich wollen die Menschen an Bord nun so schnell wie möglich in die heimatliche Milchstraße zurückkehren. Aber ein Bote der Kosmokraten macht ihnen klar, sie können nur nach Hause, wenn sie zuvor eine wichtige Aufgabe für die hohen Mächte erfüllen. Ihr Ziel ist der Herrschaftsbereich einer Superintelligenz, deren Helfer zweifelhafte Aktivitäten entwickeln. Perirodan und seine Gefährten brechen auf ins Unbekannte. Dort erwarten sie entweder Hüter der Ordnung oder Ritter des Chaos. Kapitel 1 Du wirst sofort zur Sol zurückkehren. Euch steht eine weitere Reise bevor. Die Worte des kleinen Androiden Eroin Blitzer halten in der runden Steinkammer an Bord des Raumschiffs Leuchtkraft nach. Perirodan blickte auf das künstliche Wesen mit den unverhältnismäßig großen Augen hinab. Er war hin- und hergerissen zwischen Verblüffung und Zorn. Blitzer hatte einen einfachen, klaren Befehl erhalten, und der lautete, bring Perirodan heim in die Milchstraße. Das war schlecht misszuverstehen als »Zwinge ihn und seine Besatzung zu einem neuen Einsatz, viele Millionen Lichtjahre von seiner Heimat entfernt.« Doch genau das versuchte der Androide vor ihm gerade. »Die Bitte ist gering.« sprach Blitzer ungerührt weiter. »Angesichts der Verheerungen, die du auf Evolux angerichtet hast. Berücksichtigt man die Alternative, dürfte die neue Aufgabe sogar in deinem Interesse sein.« Was heißt das? »Die Alternative.« Feindselig starrte Rodan seinem Gegenüber ins Gesicht, in die beiden riesigen Augen. Augen, die immer größer zu werden schienen. sich zu einem großen Kreis, einem großen Wirbel verbanden, einem Wirbel, der Rodan anzog, in sich hineinriss und verschlang. Peri Rodan war nicht mehr auf der Leuchtkraft. Nicht bei Eroin Blitzer. Er war im All. Nackt. Ungeschützt der Kälte des Raums ausgesetzt. Er kämpfte gegen die Panik. Jeder Raumfahrer wusste, was ein Aufenthalt im Vakuum bedeutete. Bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt würde er in 20, maximal 30 Sekunden das Bewusstsein verlieren. Danach hatte er noch zwei bis drei Minuten zu leben, wenn er nicht rechtzeitig geborgen wurde. Anschließend würde seine Leiche langsam gefrieren, während seine ungeschützte Haut unter der Strahlung von fünf Sonnen verbrannte. Seine Augen wurden trocken. Die Tränenflüssigkeit verdunstete. Er hätte die Lieder zukneifen sollen, um nicht zu erblinden. Doch er war zu entsetzt von dem, was er sah. Die fünf Sonnen des Evo-Systems. Fünf von ehemals acht. Drei waren durch Rodans Eingreifen erloschen. Zwischen den verbliebenen Sternen hing die Jupiter-große Werftwelt Evolux. Tiefe Risse zogen sich durch die Planetenkruste. Rodan konnte sie mit bloßem Auge vom All aus erkennen. Das bedeutete, sie mussten Hunderte, eher Tausende Kilometer breit sein. Evolux kollabierte, da sich die unmögliche Welt ohne die Energie ihrer Sonnen nicht mehr stabilisieren konnte. Vor dem hellen Hintergrund des Planeten schwebte ein tiefschwarzer Punkt. Die Neubeginn. Das mehr als 1000 Kilometer durchmessende Kosmokratenschiff. Eroin Blitzer hatte angekündigt, dass die Kosmokraten eine Wiedergutmachung von Rodan verlangen würden, und die Neubeginn war ein mächtiges Mittel, um Forderungen jeder Art durchzusetzen. Rodan wusste nicht viel über den Kommandanten dieses Schiffs, das ganze Sonnensysteme einfach auflösen konnte. Er konnte ihn nur anhand seiner Taten beurteilen, und die waren gleichermaßen kompromisslos wie schwer vorauszuahnen. »Das ist falsch«, dachte Rodan, »den Neubeginn hat das System verlassen.« Aber er sah sie mit eigenen, schmerzenden Augen. Zu guter Letzt die Sol. Das goldfarbene, acht Kilometer lange, hantelförmige Raumschiff. Die Legende, die mehr fremde Orte bereist und an mehr kosmischen Brennpunkten agiert hatte als jede andere Einheit der Menschheit. Ohne Warnung eröffnete die Neubeginn das Feuer. Die mächtigen Schutzschirme der Sol bauten sich gar nicht erst auf. Der Mythos verging in drei gewaltigen Explosionen. Erst die beiden Kugelzellen außen, dann der zylinderförmige Mittelteil, der sie verbunden hatte. Rund zehntausend Menschen hatten sich an Bord befunden, unter ihnen Roy Danton, Perry Rodans Sohn. Eben hatten sie gelebt, nun waren sie tot. Es wurde schwarz um Rodan. Hatte er es doch noch geschafft, die Lieder zu schließen? Oder war das einfach die Schwärze des Todes, die sich über ihn senkte? Mit einem Schrei stürzte Perry Rodan auf die Knie. Er kam zu Ero in Blitzers Füßen zur Besinnung, genau dort, wo sie eben noch gestritten hatten. Seine Kleidung war wieder da. Alles war wie vor dem unfreiwilligen Ausflug, nur seine trockenen Augen brannten. Sein Blick war verschwommen und aus dem Fokus, sodass er den Unterkörper des Androiden doppelt sah. Ich war nie fort, begriff er. Es war nur eine Vision, eine Projektion in meine Gedanken. Doch sie hatte eine solche suggestive Macht entfaltet, dass er zitterte. Er spürte die Kälte des Weltraums in allen Gliedern, obwohl er wieder geborgen war, in der Kaverne an Bord der Leuchtkraft. »Was war das?«, fragte er entsetzt. »Was habe ich da gesehen?« Er blinzelte ein paar Mal, um sich zu vergewissern, dass seine Augen weder vertrocknet noch gefroren waren. Sein Blick klärte sich und bereitete Rodan eine Überraschung. Er hatte nicht doppelt gesehen. Neben Blitzer stand eine identische Kopie des Kunstwesens. Gleiche Größe, gleiches Aussehen. Zwei Männer mit gelblicher Haut, von der Größe eines Kindes und mit großen, gleichfalls kindlichen Augen. Jedoch mit den Runzeln und Falten eines Kreises. Das Gesicht glich dem eines Menschen, jedoch wirkte es ungewöhnlich flach. Auch die Kleidung der beiden Blitzers war identisch. Ein dunkelblau glänzender Einteiler mit steifem, hellblauem Kragen. Mit welchem von beiden hatte er gesprochen? »Das war die Zukunft«, antwortete der linke Blitzer ohne erkennbare Gemütsregung. »Die Zukunft«, verlangte Rodan zu wissen, »oder eine mögliche Zukunft?« »Eine mögliche«, bekam er zu hören. »Vielleicht sogar die einzig mögliche.« »Sicher können wir es nur sagen, wenn sie nicht eintritt.« »Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, wenn du die neue Mission annimmst.« Rodan resignierte. »Also gut«, sagte er bitter. »Ich tue, was ihr wollt, bevor er eintrifft, was ich gerade gesehen habe. Bist du dann zufrieden? Oder die Leuchtkraft? Oder die Neubeginn? Oder wer auch immer sich das ausgedacht hat?« »Ja«, antwortete der linke Androide schlicht. »Ich weiß nicht, wie man dieses Schiff verlässt«, merkte Rodan an. »Die Wege führen jedes Mal an andere Orte, wenn man sie geht.« Zum ersten Mal regte sich der rechte Eroinblitzer. »Es gibt Millionen Möglichkeiten«, erklang ehrlich überrascht. »Das macht es doch so einfach. Folge mir.« Der Androide ging voraus. Peri Rodan blieb dicht hinter ihm, verließ die steinerne Höhle, die sich so merkwürdig deplatziert ausnahm auf einem Raumschiff, dass der menschlichen Technik um Jahrzehntausende, vielleicht sogar um Jahrmillionen voraus war. Der Steingang wurde irgendwann zu einem Metallgang, dann zu einem durchscheinenden, stabilen Energiefeld im All. Zu Fuß legten sie den Weg durch den freien Raum zurück, zwei winzige Punkte in der Unendlichkeit. Vor ihnen wurde ihr Ziel größer und größer. Die goldene Hantel. Die kobaltblaue Walze der Leuchtkraft blieb hinter ihnen zurück. Sie war Vergangenheit, zumindest für den Augenblick. Vor ihnen lag die Zukunft, die einzig mögliche, die Sohl. Kapitel 2 Die Schlachtspitze stand unbemerkt am Rand des Skiff-Systems und ortete. Der Tarnschirm des Pyramidenschiffs war undurchdringlich. Das galt zumindest für die Truvaut, die als Geißel ins System eingefallen waren. Für die Skiff sowieso. Die Urbevölkerung hatte schon ihren Angreifern technisch nichts entgegenzusetzen. Wie hätten die plumpen Instrumente dieses Volkes da ein getarntes Ritterschiff erfassen sollen? Akur Tond beobachtete den Verlauf des Gefechts. Die kleinen, pfeilförmigen Raumgefährten des Skiff-Systems haben... Die kleinen, pfeilförmigen Raumgefährten des Skiff-Systems... Die Krigerung Raumgefährten des Skiff-Systems... Die Krigerung Raumgefährten des Skiff-Systems ist eine Träf-Jus server. Vielen Dank.